Für dich Glaubt da unten, dass das taul wäre. Sollten wir gucken. Ey ohne Witz, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Lass es raus! Nein! Lass es einfach raus! Für dich Ich brauche jetzt die Second. Da ist ne Klippe, da ist ne Klippe, da ist ne Klippe! Runter! Runter! Der liegt hier unten! Runter! Der ist nicht hier runter gefahren oder? Der ist runter gefallen! Oh! Ob's gut noch gut geht! Ich glaub da unten ist was faul, wir sollten mal gucken. Halt mich ja drüben auf die Seite! Der Dicke macht noch rum, der Dicke macht noch rum! Warte, warte, warte! Jaja, ich brauche einfach mal so... Ist es dein Ernst? Ist es dein Scheiß Ernst? Fahr weiter! Fahr langsam weiter! Was denn jetzt? Was ist denn jetzt so? Was ist denn jetzt so? Ich war ganz da drunter drunter! Tino! Nur in der Scheiße! Hier, Chat! Das ist noch neben dich! Achso, ich möchte... Deine Plattform möchte ich natürlich auch gerne benutzen, ne? Ich suche auf diesem Weg eine Frau, am besten Physiotherapeutin! Das ist schon wieder auf irgendeiner Physiotherapeutin! Oder Köchin geht auch! Ist auch okay für mich! So Tom, also komm, dann hau mal raus deinen Dings! Stell dich vor! Ja, hallo, mein Name ist Tom! Ich bin 34 Jahre alt! Ich suche Frau zum gemeinsamen Kissen durchmühlen! Ne? Könnt euch ein bisschen zuschriften an das Postfach vom Tino! Am besten Physiotherapeutin! Alternativ geht auch Köchin! Kann ich auch gut gebrauchen! Oder PT-Technikerin! Und sonst, ja... Also wenn ihr Lust auf so einen leidenschaftslosen, tüchtern, zurückhaltenden, komischen Typen habt, mit viel Achselhaar, dann... Boah! Dann... Dann musst du Tino noch lachen! Tom, ich hab das aufgenommen, ich würde das morgen hochladen! Ah, das ist sehr nett, danke! Kennt ihr die Dinge, die denn so an der Hose hängen, die du nie rückstandslos wegkriegst? So ungefähr ist das, wenn du das Hallo von Axel auch wieder sagst! Hier so! Hallo! Oh, hallo! Puh! Du bist ein Bier! Nein, so ist das gerade! Ja, wir haben unter anderem auch über Kennenlern-Taktiken. Also, wie kriegt man eine Frau von der Herde getrennt? Wo lernt man sie am besten kennen? Darüber haben wir auch philosophiert. Und Axel ist ja der Gemüse-Ticken-Mann. Ja, Gemüse-Ticken und, äh, Obst. Ja, wobei ich mich frage, gibt es einen Unterschied zwischen Obst und Gemüse-Ticken? Ich bin meine Frau von der Herde getrennt. Oh, nee! Oh, nee! Das ist hier eine Mütter und Furz, da muss... Warum bin ich der Chef der Borders denn jetzt? Ah! Ah! Au! Und so... Nein! Yo, in diesem Sinne, Leute! Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da! Wir sind erst einmal raus! Bis dahin! Peace! Chat, wisst ihr, wie das heißt? Warte mal, ich finde das raus, Moment. Und zwar heißt das, ich gucke, ich weiß nämlich, wer das gespielt hat. Äh. Äh, warte. Oder ist das dieses, äh, Danke für... Second Extensions. Ja. Das heißt aber nicht Second Extensions, weil dann würdest du dir das zweite Mal Haare, deine Haare machen, sondern es heißt Second Extensions. Extensions. Okay. Das geht überhaupt nicht schon. Ja? Was machst denn du da oben? Ich? Mach Videos fürs edle Vibe hier. Für deinen Kanal, den hab ich dir gewidmet. Mach schon Video, was ist los? Hörst du mal auf, so rumzutrampeln und hier die Decke einzureißen, du sparsst dir. Äh, ich bin im Video und es wäre schön, wenn du meine Werbefreundlichkeit erhalten würdest, ja? Nur mal so zur Info. Hier, guckt euch an, das Opfer. Guckt euch an, das Opfer. Hä? Was laberst du? Hä? Was laberst du? Take the shit. Jetzt sag, was du willst, ich muss das Video anfangen. Mach leise jetzt. Ich bin immer, ich, hallo? Leise machen. Ja, hier. Ist der Herr Dredge? Ja. Dredge, wo? Was? Hier? Wollen die mich ja alle verarschen? Wer verarscht dir wen? Ja, was ist denn? Ja, wir funken doch gerade durch, Herrgott. Ja, aber was, sagt der was oder wie? Der wollte nur ihren Namen wissen, damit er weiß... Der soll mich porten! Oh, schrei mich nicht so an. Mensch, das ist ja nicht so schwer jetzt hier. Bitte. So. Wenn ich jetzt nicht geportet werde... Weg da! Pass mal. So. Alter, soll ich mir... Ey, ich wachse... Hat der was von dir? Ich wachse hier gleich... Nee, du bist ja auch nicht der Chief. Wo ist denn der Chief? Also pass auf, wenn ich jetzt nicht sofort... Lustige Quatsch, oder? Wo der Chief ist, beende ich das IP jetzt hier. Commander, bitte kommen. Wir haben hier einen sehr aufgeregten Menschen, der gerade getessert wurde wegen Porten. Ey, mach die Dinger ab. Mach die Dinger ab. Mach die Dinger ab. Gebt mal gut. Mach die Dinger ab, ich sag's dir. Können Sie vielleicht bitte den Raketenwerfer aus der Hand nehmen? So, pass auf. Habt ihr jetzt... Ey, habt ihr den Chief angefunkt und was hat der gesagt? Das sagt ihr mir jetzt. Wir funken die ganze Zeit. Es gibt keine Rückmeldung. Dann funkt Patrick an! Diese Zeit machen wir jetzt keine Rückmeldung. Es gibt keine Rückmeldung. Ich weiß ja nicht, ob noch jemand 5.30 Uhr aufsteckt ist! Wir machen jetzt erst mal den Yoga zu beruhigen. Okay, warte. Da ist er dein Yoga. Wieso nehmt ihr mir denn jetzt mein Zeug weg? Okay, ich hab das Handy in der Hand und möchte jetzt bitte jemanden anrufen. Ohohoh, nee! Digga! Ja, warte. Ich wusste ja wegen der Dings auch noch. Das hab ich noch nicht erlebt, Alter. Wieso? Wieso geht denn die Maus nicht? Ich kann nicht. Ich weiß, ob ich mich rangehen soll. Ich glaub, an dieser Stelle ist es Zeit, den Server zu verlassen. Oh, scheiße. Der ist tot, würd ich mal sagen. Jawohl. Jetzt bin ich wieder dort. Jetzt bin ich wieder dort. Oh, Kino ist cool. Ja, könnt ihr mich wiederbeleben? Ja, ja, da hat es das Album. Oder wäre das zu viel verlangt? Das ist wahrscheinlich die Meldung, die wir gerade gekriegt haben. Nee, das wollen wir einfach. Nee, das war ich. So, rein in den Krankenwagen. Ach! Nein, da ist jetzt drin. Ich glaub's nicht. Das sind ja auch, ey, pass auf. Ja, ja, schnelle Autos sind geil, aber da brauchen wir uns nichts vormachen, ne? Ganz ehrlich? Oh. 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 Ihr geht mal bei Füße im Chat. Geht mal bei Füße im Chat. Ich auch, Digga. Sicher, klar. Geht mal bei Füße im Chat und schreibt mal alles Gute zum Papa. Alles Gute zum Papa. Oder wünschen die alles Gute zum Papa und ja, und super und tolle Neuigkeit. Macht so ein bisschen auf alles Gute vom Papa. Schreibt nix mit meinem Namen. Nix mit meinem Namen. Schreibt einfach nur alles Gute zum Papa und freuen uns für dich. Und was weiß ich nicht alles, hä? Oder zum Kind oder zur Schwangerschaft. Oder Glückwunsch zur Schwangerschaft. Der guckt schon wieder so. Der guckt schon wieder so, Digga. Was hat er gesagt? Diese kleine Snitch. Diese kleine Snitch hat er gesagt. Diese kleine Snitch, Alter. Da habe ich ein zweites Headsetter. Ich höre, was der labert. Was? Der redet nicht über dich. Ah, okay. Du bist nicht immer so interessant, dass wir nur über dich reden. Ah, das sagt ihr zwar jetzt aber. Aber soll ich dir was sagen? Guck mal, ihr seid damals sehr lang gefahren. Und weißt du noch, ich wollte mich damals da oben umbringen. Krass. Und weißt du was? Was? Und heute ist der Tag. Da ist es genau umgedreht. Heute wirst du nicht versenken, du Penner. Huh. Ey, bist du scheiße? Huh. Ah. Was? Das finde ich echt geil. Beim Händler. Ich will ja andersrum lenken. Sag mir einer. So, jetzt aber. So, jetzt will ich nochmal alle Live-Emoticons hier sehen. Alle Live-Drei-Emoticons, Leute. Kommt, haut rein. Alle Live-Drei-Emoticons. Da würden wir uns sehr freuen. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Nee, ich bewerte mich gleich bei der Spedition. Ich habe gerade gelesen, dass da noch jemanden sucht. Ey, jetzt hört auf mit Rumblödeln. Ich verkünde dir gleich meine Neuigkeit. Dann wirst du dich freuen, hier weiterarbeiten zu können. Dann bin ich ja mal gespannt. Ja, glaub mal. Bist du dann weg, oder was? Ach, der geht doch nicht weg hier. Der denkt doch, wir machen alles falsch. Und ich glaube, dass er selber nicht ist. Muss ich verkaufen, Herr Manners. Ja, was ist jetzt mit Bella? Bääääh! Entschuldigung. Was schreist du? Ja, du hast dich gehört. Tut mir leid, mein Schatz. Heideflitschen, was war das denn? Ja, Entschuldigung. Was von dem? Mein Ohr! Hast du gerade gesagt... Wie war das? Der Du und der Jupp sind für die Zeit, wo ich nicht da bin, haben die hier die Leitung für den Landhandel. Des Weiteren übergebe ich die vollumfängliche Vollmacht über den Maschinenhandel dem Herrn Hafer. Und zum Dritten werde ich auch meinen 50%igen Anteil am Maschinenverleih den Herrn Fiedler übergeben. Okay. Danke. Ach, bitte. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, ich würde einen Kaffee nehmen. Ein Unimog! Ui, 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 ui. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Das wurde Emily... Emily! Hast du gerade gesagt, ein Unimog? Komm schon, ey. Ohne Witz. Hey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Und nochmal Refrain. Hey! Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Und nochmal Refrain. Hey! Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Klap in die Hand, baby. Was geht ab? Yeah! Klap in die Hand, baby! Kommt, alle klap in die Hand. Hey! Was geht ab? Yeah! Klap in die Hand, baby! Kommt, alle klap in die Hand. 20 Mark uns heute im Livestream. Ja! Klap in die Hand, baby! Yeah! Was ist mit dir? Guck mal, mich erkennt keine Sorge. Guck mal. Mich erkennt wirklichkeit. Damit erkennt mich niemals. Meine Fresse, Alter. Was ist denn mit ihm? Was ist denn mit dir? Scheiße, ich bin ein freundlicher Taco! 3... Ich gucke mal, ob der da ist. Warte mal. Lass er weiter spazieren gehen. Ja, wir können wieder zurück in der Zeit. Ja. Du kannst doch hacken, oder? Weißt du, wo das... Der Resservatenhof ist ja der Abschlepphof von den Bullen. Kennst du das Parkhaus, was daneben steht? Komm da mal schnell hin. Also, aber bring deinen Scheiß mit. Wir müssen hier mal von... Die haben die Tore zu. Wir müssen die Tore irgendwie aufhecken. Das ist doch hier... Kommst du... Ja, das sind Kameras. Ich weiß, aber die kann er auch aushecken, glaube ich. Der kann sich da komplett in das System reinknallen. Ich kenne mich nicht. Wir sehen die Heckenschere mit, wenigstens, oder? Ja, elektrisch sogar. Gut, Alter. 20 Mark uns heute im Livestream! 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 Ja, schreibst du mir deinen Namen nochmal richtig da rein, dann? Hendrik. Und dann? Dredge. Ja, brustabierst du mir den mal? Schreib Hendrik, der Große. Kannst du mir Dredge brustabieren? D? Ja. R? Ja. Ö? D? Also E? G? G? Ja. Perfekt. Ja. Ja. Passt du? Ja. Okay, passt. Mike, danke für deinen Satzgeschenk. Stoffi, danke für 13 Monate. Stormi, 20 Tag nochmal für die Kleinigkeit, für die Kids. Ey, vielen Dank. Geht auf jeden Fall. Äh, äh. Vielen, vielen Dank. Geht direkt in die Sparbüchse auf jeden Fall. Alter. Ey, Leute, ohne Witz, was macht ihr gerade? Ey, ohne Witz, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich geht so auf die Couch. Schau mir noch eine schöne Serie an. Und dann ganz entspannt. Was? Lass es raus! Nein. Nein, ich sag du nicht mehr. Lass es einfach raus! Ich mach das teuer. Harald, lass es raus! Harald, du musst es rauslassen! Nein, du hast für immer schon ein. Du musst es raus! Harald, wenn du es nicht rauslässt, platzt du! Oh, Emily, du weißt, ich... Oh! Lass es einfach raus! Das sieht dann... Reiß dich zacken! Oh, scheiße, ich lieb dich so... Oh, nee! Das war die was alles! Oh, oh, oh! Oh, nein! Yeah, 20 Markus heute live, baby! 20 Markus heute live! 20 Markus heute im Livestream! Heute wird es zerstört! 20 Markus heute im Livestream! 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 Okay, wir wollen es nicht übertreiben, ja? Das ist ein Schwangerschaftsoberteil! Mr. Al, danke für... Was ist denn das war noch im Schrank? Alter, chill mal dein Leben! Oh, keine Angst! Ich häng dir nicht noch ein Kind an! Oh, mein Gott! Wo ist denn das? Aber... Bis zum nächsten Mal.